Alles egal. Lass machen, ja? Mach hier auch mal da, dann fliegt Kim auch dahin. Kim als erstes zum Tresor. Der Blenny ist noch gar nicht da. Okay. Jetzt ist es halt dran, nein. Also es wird auf jeden Fall jemanden zuschauen. Ach so, du hast einen Streamer noch. Hört man uns dann auch, ja, ne? Ich bin nur ein bisschen useless, weil der PC schafft das nicht so ganz. Also Ping ist vielleicht so 18 oder so. Kommen wir, er kann, wir rekrutieren hier den Bot und dann können wir unten trotzdem den Tresor aufmachen. Warte, epische Kiste. Ich kaufe mir ne Bumsniper. Schritte? Da ist mein Bot. Okay. Oh Mann. Ich komme. Warte, der Bot ist auch noch nicht hier unten. So, jetzt kommt er. Ich komme. Ich komme. Ich komme. Ich komme. Jetzt fällt er hier. Ja, ist schon gut. Na, wo ist er denn? Er kann, äh, Brandy, kommst du in unsere Richtung, oder? Joa. Oh, er will nicht hier runter. Also in der Stadt sind wir auf jeden Fall. In meinem Team. Und auch. Der ist weg, Alter. Der will dann, ne? Jetzt kommt er mal. Scheiß drauf. Kim? Der Bot kommt nicht, ja? Ach so, Blenny, ich brauche es bei uns. Ja. Nein. Bist du irgendwie sowieso, oder wie? Ja, ja. Dieser Idiot, Alter. Der Bot, der kommt die ganze Zeit nicht runter, ja? Er kann erst aber hier. Wir sind schon. Oh, oh, oh. Ich glaube, wir müssen ganz nah spielen. Da. Guck mal, jetzt kommt er runter, der Pisser. Nee, er war über uns. Ich hab die Dings kaputt gemacht. Die Decke. Ja, ja. Guck mal, Martin. Guck mal, Martin. Wenn man vom Teufel noch gesprochen hat. Und verlassen. Ja, weil wir vier Mann schon sind, weißt du? Ja, schon. Ja, schon. Ja, schon. Ja, schon. Ja, ich glaub ich fliegt, ne? Ja, ich glaub ich fliegt. Ja. Ja, ja. Ich auch mal. Ach, weißt du. Ach, weißt du. Du siehst ein. Ist genau das. Der Heavy Slyper macht den Globeshaw aber um so 1.000 Einmal, schau. Ey, das ist ein Gen auf jeden Fall. Ja, ja. Ja, das ist für mich schwierig zu treffen. Guck mal! Jetzt haben wir ihm so ein Heli abgezogen. Ja. Warte, wir halten, ja. Schon drei Schritte. Ich hatte auch kein Leben gehabt, Alter. Schau. Und andere. Und andere. Und andere. er kann mir helfen eigentlich wundern ich gehe schon mal bei martin die gruppe dass ich nicht der helikopter ist da Der MPC-Studio ist aber nicht so, oder? Boah, ich habe noch ein Medikid. Hier, ich habe Dings. Hier, Minis. Noch mal zwei. Der hinter uns, glaube ich. Wir müssen noch langsam in die Zone laufen. Warum geht ihr von der Seite? Ich habe noch Peilung geschickt. Komm schon, Medikid kann ich dir gehen. Minis habe ich auch jetzt. Da bin ich wieder. Er geht, ne? Wo? Hier. Und der vorne auch. Ich habe ihn. Boah, mies, Alter. Ich habe ja Reboot. Alter, der und sein Freund wieder. Wir sind zu zweit nur. Ich habe er hier. Nein. Nein. Nein, nur noch nicht. Nein. Es kommt ja noch zu dir, Daniel. Ja, noch zwei. Hinter dir ist auch einer. Ja. Oh, Nigga, du bist tot. Ja, da ist ja eine Zone. Tja. Der und den grünen Gewehr. Nee, da bist du tot. Ja, die Zone. Nein. Boah, das war gut. Ich bin trocken. Geht nicht jeder Schuss. Hä? Du hast dich ja voll überschätzt, Alter. Komm, war knapp. Aber ich muss lobby, ich geh bei Martin rüber, ja? Mhm. Okay. Melzt dich einfach morgen dann? Hm, mach ich. Aber nicht wieder erst so spät. Nein, wenn ich aufstehe, sobald ich wach bin. Komm mal. So weit weiter. Soll ich dann du spielen oder weiter, Team? Hm. Mir ist egal. Mir auch. Ich geh kurz einmal auf die Toilette nur. Mhm. Okay, bis gleich. Mhm. 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 Okay. Mhm. Mhm. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja. Achso, dann irgendwelche YouTuberler, die die ganze Zeit am Aufmachen sind oder was? Genau, 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 genau. Ja, das ist hier mein Panzerfahrerfront. Genau, der Opa mit den M60. Was heißt denn hier toll? Ja. Jetzt kommt Kim in die Party. Oh, warte. Jetzt ist hier im Stress. Ja. 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 Scheiße. Ja. 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 Du schießt irgendwas mit einer Sni... mit einer Railgun? Ich weiß, du bist alle weg. Warte! Von oben? Ja, ja. Wer hier bei mir geht nach? Was hier? Ja. sagen wir nicht dies geht ja wo ist der schritt das ist hier ein bot glaube ich hier habt ihr das kommt rein geflogen das macht euch den trisor schon von oben wieder der typ haben wir den tresor rein er kann einfach unten den boden kaputt oder zu die haben bernie das kann ich geworfen mit dem riss raus aber in den panzer oder wenn dann kommen wir mit dem panzer wieder raus hier ohne probleme ja warte kommt alle in den panzer wird was neu gestartet ja draußen gleich wieder drinnen beide immer drinnen denkt wieder hallo steigt einer um ich muss mir erst mal einen kanister safen gegner kommt geflogen ja komm schon die oben haben zäppeli noch bestimmt ja sie sind hier bei mir sind schritte direkt da rein da 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 ja da ja das wir Entweder sind hier Bots oder hier ist einer drin. Ich kippe erstmal den Panzer voll wieder. Gut, der kann weg. Ich bin hier. Ja, der andere kann weg hinter mir. Das war's. Ach ja. So. Ja, wenn noch ein vierter Panzer könnten wir uns auch noch... Benni. Ich habe vier Panzern. Er kann hier vorne, ist ein vierter Panzer gleich, ja? Naja, ich kann nicht mit dem Panzer so gut. Okay. Okay. Ah ja. So, ne? Kann mir geholfen. Hey. Nein. Nein, doch nicht. Naja, doch. Hier oben ist irgendwo was. Ja, kann. Falls du mal hier landest, ne? Guck mal. Hier in der Ecke ist immer ein Lotto. Das weiß. Das weiß ich. Das weiß ich nicht. 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 Und du mal einmal. Ja, ich würde auch, ne? Ja. Ich hab. Kann mal zu Martin sagen, dass du willst. Sind auch der Runde hinterher vor uns. Hm? Schlüsse vor uns. Ja, lass weiter, lass abhauen, LKL, ja? Da hinten rennen sie, die rennen auf der anderen Seite vom Berg. Ja, das ist immer noch gut, also. Das ist so witzig. Hier kommt ein Auto angefahren. Er kommt aber nicht hoch. Hier kommt der erste Anrührungs... ... 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 Martin, kannst du mich einsammeln? Na, hier ist ein Gegner bei mir. Ich bin bei Benni gerade. Warte, wir kommen. Ja. Einen hab ich. Geht'n da? Ja, da oben. Pass auf, die haben so'n Ding an... ...dieser mit dem roten WD da. Naja, scheiß drauf. Wie viel Sprit hast du noch? Der wird gleich, also wir gehen gleich auf Verserbe. Ich tank' danach. Mhm. Ich fahr' jetzt aber hoch, ja. Ja. Dachte, ich wechsel schon mal auf dem Platz? Da ist er. Vor uns, vor uns, vor uns, vor uns. 55er? Mhm. Ich bin ganz bei euch. Ja, wir machen jetzt genau das Ding, damit wir die pushen, wieder zu euch zurück. Guck mal, der rennt jetzt nämlich gleich wieder runter. Hier vor dir. Haben? Ja. Nice. Wird er hier stehen? Irgendwie sieht dein Panzer aus? Ähm, nur so viel Akku. Den haben wir verloren, ne? Ja. Ja. Ach, drei Tiefs noch. Das ist nur 2.1. Das ist nur 2.1. Ach so. Ja. So, den letzten Rest schütten wir in den anderen Panzer, okay? Ich hab' nicht mehr. Ja, ich schütte den letzten Rest hier noch hin. Ist nicht viel, aber ein bisschen mehr. Ja, Jungs, die Zone. Wenigstens in die Mitte kommt's von der Zone noch mit den Dingen. Ja, da stecken sie irgendwie hinter den Wänden. Irgendwas ist hier, hier rennt was. Hier links von uns. Hier oben. Da oben. Da oben. 35. Na, ich glaube, so weit kommt der andere Panzer nicht mehr hoch, oder? Oh, der hat sich gerealert. Der ist abgeschwungen. Da oben in der Luft, ja? Mhm. Der ist im Panzer, ist der drin? Der ist noch der einzige Schaus. Da drin. Sauber. Das war wirklich eine coole Runde, ey. Die coole Runde verstehe ich jetzt nicht. Boah, was ist das? 13 Kills? Ja, 18 Kills, ja. So war was? 13 Kills? Ich war doch hier, das wartet nicht gerade das Tätorium. Ich war noch an den Spot. Naja, wo ich, Alter. Die schiebende, Alter. Die schiebende, Alter. Wetten, wir wurden jetzt mindestens 25 Mal gemeldet in der Runde? Und dann in die Lobby. Also in die Lobby. Die schiebende, Alter. Okay. So. 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 Vielen Dank.